Alter, Chat! Okay, ey, das sieht schon crazy aus. Das sieht schon sehr crazy aus. Der Sound ist komisch, aber das ist halt normal, ne? Boah. Ey, wie lange habe ich keinen Scuff mehr... Wie lange habe ich ohne... Oh mein Gott! Ey, man kann nicht ohne Scuff spielen, glaube ich. What? Man kann... Man kann nicht ohne Scuff spielen. Oh mein Gott, ich werde so lost... Ich bin super lost. Das ist so schlimm gerade, ne? Ihr versteht das, glaube ich, nicht. Digga, das... Oh mein Gott! Och man, wie soll ich das denn machen, bitte? Kennt das irgendjemand, dieses Gefühl? Digga, ich fühle mich gerade wie Standardskill. Ey, oh mein Gott! Das ist so nervig! Was? Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Und 60 FPS bin ich auch nicht mehr gewöhnt, ey. Aber egal. Digga, das ist so wack! Mann! Warum haben die keinen Scuff rausgebracht direkt ins Sint? Geht 120 FPS schon? Nein! Leute, äh, ganz... Ganz wichtig. Äh, 120 FPS gehen noch nicht. Also in Fortnite soll es anscheinend noch kommen. Aber ich... Ich denke ja, diese Vibration, die ist auch... Dieses andere krank, sage ich euch ehrlich. Ey, alles sieht so hell aus! Oh mein Gott! Guckt euch das an! Ey, hier ist so ein richtig doller Widerstand. Guck mal, ich kann nicht richtig runterdrücken. Das ist wie so ein Trigger-Stop im Scuff. Wenn du gleich schießt, wird das anders. Aber ich hoffe nicht, Thomas. Cool. Was? Ey, das... Das fühlt sich so komisch an. Ey, ihr versteht das nicht. Das fühlt sich übel komisch an. Was? Wie schlecht sind die denn alle hier, bitte? Ich getroffen. Ha, ha, ha! Bugs, dein Fies, Brot! Konstante... Konstante 60 FPS ist auch nochmal was ganz, ganz anderes als wackelige, äh... 60 FPS. Das ist... Das ist so. Das ist geschriebenes Gesetz. Also ich weiß, ich bin ein bisschen lost gerade, ne? Das müsst ihr mir aber verzeihen, bitte. Denn ich spiele gerade Claw auf einem Standard-Playstation-Controller. Ich hasse es. Ich hasse nichts mehr in meinem Leben als Claw auf einem Standard-P... Was ist ein Gegner? Auf einem, äh... Auf einem Standard-PS4-... PS5-Controller zu spielen. Das ist ein Bot. Ja, das ist ein Bot. Das ist ein Bot. Ganz entspannt. Ist die PS5 laut? Gar nicht. Was macht der denn da? Ich weiß nicht, wie mit der Falle geht das. Ey, das sieht aus wie bei Standards, gell? Ey, bitte. Dieses Gameplay ist doch krank. Ich habe noch... Ey, ey. Ey! Ey! Ich habe noch nie auf der Scheiß... Mann! Standard-Playstation-Controller ist der größte Rehots. Die gehe ich sehr einfach aus, als will ich Standardskill sein. Boah, wie lange habe ich Fortnite nicht mehr auf so einer Grafik gespielt? Das wird krank. Warte, der Maul jetzt. Komm auf, rein. Das scheppert es aber auch rein. Oh, was will der denn? Das sieht alles viel zu krass aus. Der läuft mir hinterher. Mein Hündchen. Aber ein bisschen laggy ist es dann, ne? Also wenn ich jetzt so eine Impulse schmeiße, dann lag das auch ein bisschen. Oh, Crashpads können vielleicht wichtig sein. Hören wir mit. Guck mal, das ist der Erste. Hat fast geklappt. Also ich habe es probiert. Hat fast geklappt. Auf PC triffst du nichts mit Controller. Ja, stimmt. Auf PC ist halt... Also man... Also ich treffe alles, tatsächlich. Aber auf PC ist schwieriger zu aimen, ja. Warum habe ich die ganze Zeit keine Mets? Warum habe ich keine Bouncy? Sind die verrückt? Ey, bitte, ne? Auch die Leute auf YouTube. Bitte, bitte. Tut mir einen gefallen. Bitte. Bitte nennt mich die ganze Zeit nicht shit. Guck mal, was ich für einen Beam habe, bitte. Guck mal. Oh mein Gott. Das kann sonst keiner hier auf dieser Welt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auf einem Standard-Controller echt shit. Doch, doch. Das kann ich schon zugeben. Im Standard-Controller ist man auch einfach shit. Es gibt ein neues Design der Zone. Oh, was? Aber gibt es das auf dem PC auch? Oder ist das einfach nur ein geiles Design auf der Playstation? Okay, das ist Cringe. Der Hubschrauber... Nein. Das ist Cringe-Chat. Das wisst ihr selbst, dass es Cringe ist. Ah, okay. Okay. Ich wusste es so hart. Irgendwie wusste ich das. Was hat er da gerade benutzt? Venom-Schmetter-Angriff! Fünfziger-Hits! Sagt doch, dass es so wenig macht! Der will mich boogien. Gerade. Gerade. Cracked. What? Wie episch! Da habe ich mal ganz kurz nachgedacht. Ihr habt gesagt, das geht durch zehn Wände. Dann haben wir das gemacht. Erster Sieg. Erstes Match. Mit einem Standard-Playstation-5-Controller. Leute, ey. Ey, ich warte ganz doll, bis die Scaffs kommen. Ganz doll. Scheiße. Oh mein Gott. Erste Runde. Wie viele Kills hatten wir? Oh, 14 Kills. Erste Runde gegen Bots. Chillig. Boop! Digga, mir das. Äh. Digga, die Sounds sind so weird! Fortnite sieht schön aus auf der PS5, ja. Warum sind die 150 FPS noch nicht möglich? Weiß ich nicht. Ich bin kein Entwickler von Fortnite. Weiß nicht. Ich kann dir nur sagen, es wird kommen. Zu 1000%. Die können, also die werden niemals... Oh mein Gott, Boogies. Die werden niemals etwas announced haben. Und das dann nicht einhalten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, von wo sie die Sounds kommen. Guck mal. Digga, die Sounds kommen von überall. Habe mein Input-Delay. Nee, ich merke den nicht. Ja, man hat einfach Aim-Bot oder so. Also man hat wirklich... Auf diesem Controller hat man einfach Aim-Bot. Das ist doch krank. Also, jetzt mal wirklich, das ist krank. Hast du gerade auf mich geschossen? Oh, wo bist du? Bruder, Jakob. Aber wie feiert das, dass ich gerade wieder selber spiele? Und dann auch noch auf der PS5. Und dann auch noch so nice. Und dann wackelt und vibriert alles. Ich gebe ihm ein 30er jetzt. Ich wollte ihn edit-parkouren. Was hat das denn? Na, war fast. Also, ich habe es fast geschafft. Oh mein Gott, er wurde geklippt, Digga. Yimmy. Mein Stream ist abgestürzt. Mein Stream ist abgestürzt, Mann. Komm schon. Kann doch nicht sein. Das ist so ein Sieg. Ey, wisst ihr, was ich vergessen habe? Das sind doch eh alles Controller-Spieler. Da kann man auch auf Fairchairs landen. Schau mal, jetzt weiß ich nicht, wo der Gegner ist. Ist er links von mir? Ist er rechts von mir? Ich höre den nicht. Oh, shit. Das klappt. Ich habe was. Ich habe was. Ich habe was. ich ja cringe was hast du denn gemacht weil das vielleicht die playstation 5 ist doch Er ist zur Zeit, glaube ich, der beste Playstation-Spieler. Er hat Dings. Er hat letzte FNCS, hat er, glaube ich, 40.000 mitgenommen. Spieler 3, 7, 2.